hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video über elektrotechnik gleichstrommaschine ist unser thema das letzte mal haben wir gesehen wie so eine gleichstrommaschine prinzipiell funktioniert heute wollen wir ein bisschen was ein bisschen formeln dazu aufschreiben dazu wollen wir aber den übergang schaffen vor dieser von dieser spielzeugmaschine die ich daher gezeigt habe zu wie schaut es häufig real aus okay das möchte ich mal kurz erklären dazu möchte ich wieder anfangen bei dem aufbau dieses spielzeug spielzeugmaschine also wir haben hier 22 joche gehabt ja ich zeichne das jetzt ein bisschen anders ein wie wir es da gehabt haben sondern ein bisschen kompakter mein joch die san im prinzip außen verbunden und wir haben bei unserer maschine dort haben wir ja permanentmagneten gehabt die das erzeugen da haben wir dann praktisch so ein konzentrum elektrischen kreis bei den jochen gehabt so hat es aufgesehen und innen drin war rotor zeichne ich jetzt auch noch mal ein mit drei schenkeln alle 120 grad hat es da einen schenkel gegeben so 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 und der hat sich da drinnen bewegen können das ist eine eine achse gegeben und dann haben wir noch gehabt einen commutator so diese diese lamellen da haben wir gesagt die sind genau dort getrennt gewesen wenn wir hier wenn ich hier die schenkel achse noch einzeichnen darf und dann haben wir da eben diesen commutator gehabt mit seinen lamellen der da immer eine unterbrechung gehabt hat und da waren die windungen gehen wir hier weg eine windung die zwei verbunden ja die zweite windung hier verbunden ja und dann haben wir noch eine dritte windung in auffällig immer eigentlich sind es alles kupfer windungen aber ich zeichne das jetzt in auffällig anderen farben und das ist wieder da hergegangen so hat das ausgesehen wer das noch nicht gesehen hat bitte schauen wir schauen sie sich das an in ein vorgänger video jetzt diese schleifbürsten gegeben die sind hier rausgeführt gewesen und die haben da eben zugeführt und wenn man da irgendwann nordpol gehabt haben einen südpol draufgekommen okay das muss ich drehen je nach spannung die ich da anlege muss ich das drehen so hat das ausgesehen so habe ich das erklärt wenn wir jetzt da nicht nur drei so schenkel machen sondern mehrere so schenkel das zeichnen jetzt noch mal ein hier also da außen außen bleibt alles gleich wir haben hier auch wieder unser joch das eisen außen ist das übrigens geschlossen das außen ist alles eisen stellen wir vor okay dass das dass das dass der magnetische kreis da geschlossen ist ich zeich jetzt nur die innere die wand praktisch ein das konzentrische ding sein dass er das gut hinbringen einen roter da haben wir dann wieder ein nord und einen südpol wie der entsteht ist einmal sekundär und jetzt mache ein roter ein mit mehr doppelt so viel ich mache auch mit doppelt so viel doppelt so viel also nicht alle 120 grad sondern alle 60 grad mache das einen einen schenkel immer mit einem gewissen abstand dass kein schenkelklopfer wird was man sagt wenn er da lang ist so schauen wir so was jetzt haben wir da praktisch sechs schenkel wieder mit mit allen möglichen zeichnen wieder die dinsen die achsen der schenkel ganz klar durchziehen hier in der mitte ist die rotations achse wieder muss ja auch gehen muss ja ebenfalls gehen jetzt zeichne ich dann auch wieder hier den kommutator ein diesmal hat er halt sechs segmente passt wunderbar so wie wickelt wie seine möglichkeit das zu wickeln fahren wir wieder da an oder wir gehen hier rein und diesmal wirklich hier und kommen hier raus und wickel wieder hier rüber und kommen hier raus und wickel wieder hier rüber und kommen hier raus und irgendwann komme da zurück und gehe am nächsten so dann bin ich da ok von da hier weg gehe ich zeichne das jetzt wieder grün ein vielleicht ein bisschen dickere grüne farbe gehe hier und geht da eine und komme aber da unten außer jetzt wickel wieder drüber kommt da außer jetzt wickel wieder drühe kommt da außer die glieder drühe kommt da außer kommt daher ja passt nächste nächste hier rein drühe wickeln da außer kommen drühe kommt da außer kommen drühe hier her ja und jetzt zeichnen wieder rot ein hier weg hier rein drühe wickeln da außer kommen drühe wickeln da außer kommen drühe wickeln da außer kommen ja so ähnlich hat hat das ja ausgesehen bei unserer realen der grüne da geht der blau weg geht daher geht hier der rote her passt und bei unserer realen maschine hat das ja so ähnlich ausgesehen da muss ich hier eingehen drühe wickeln da außer kommen 1 2 3 wie viele windungen da jetzt beinahe sind ist egal aber jetzt sehen wir puh das ist aber ganz schön kompliziert ist aber nachdem wir gesehen haben wie das entstanden ist muss man sagen ok das ist eigentlich straight forward schon bin ich beinahe das sind jetzt meine wickelungen das heißt wir teilen wir können es praktisch aufstehen aufstehen wir teilen diese spule auf auf zwei aufeinander folgende spulen und tragen halt in jeder spule das magnetfeld von nord auf süd und sind deswegen vielleicht nicht so ruckartig unterwegs sondern sind deswegen viel sanfter unterwegs weil wir eben kleinere spulen öfter umschalten können und somit springt es mit nord süd so richtig hin und her sondern sondern immer nur also springt es nicht um 120 grad hin und her sondern immer nur um 60 grad ok das ist dieser reale roter den wir gesehen haben der hat auch schenkel gehabt ist aber wurscht er so und wie schaut das jetzt aus wenn wir uns vorstellen ich treibe das jetzt auf die spitze ich treibe das jetzt auf die spitze und noch praktisch für jede bindung eine eigene spule einen eigenen anschluss dann würde das so aussehen außen wieder gleich wenn die höchern und jetzt mal wieder an rot da rein und den zeichne ich jetzt ganz rund wird er denn vor so viele schenke dass sie nicht extra ein zeichnen also da sind praktisch immer so nuten drin am umfang so pack 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 ja und jetzt wickel die diese spulen so dass praktisch das immer auf die gegenüberliegende seite fast geht ja das heißt ich habe da zum beispiel eine spule die geht hier hinein und kommt da unten irgendwo außer und dann geht es weiter ja dann geht es immer weiter da geht es über hinein und dann heraus hinein hinaus hinein hinaus hinein dann kommen wir irgendwann zu dem zu dem ding wo die wo die bürsten angreifen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ja passt und dann rinnt es doch hinaus und dann würden wir hier schon einmal hinein rinnen also so schaut das aus das ist mir hier jetzt nicht so gut gelungen dass ich das gleichmäßig aufteile aber so würde das ausschauen praktisch 1 2 3 4 5 6 7 8 8 natürlich vielleicht zeichnen wir es einfach dazwischen auch noch mal ein dann fällt es nicht so auf dass mir das nicht so gleichmäßig gelungen ist also da sind immer so nute drin wo das auch drin liegt ok da rennt der strom durch und entsprechend viele segmente habe ich hier im kommutator das sind nur mehr so ganz kleine punkte im endeffekt ja und jeder dieser segmente des kommutators das ist halt immer nur mit einem mit einer so einer leitung verbunden es bilden sich aber trotzdem nur zwei parallele ankerzweige weil ich habe hier genauso wenn wir uns das überlegen wenn wir uns das überlegen ob wir hier genauso meine meine bürsten zack geht da raus und dann rinnt es da rein teilt sich auf auf zwei parallele ankerzweige und rinnt so ein gras dieser zugeschickt gewickelt dass einmal der strom unter dem nordpol in diese richtung rinnt und unter dem südpol in diese richtung rinnt jetzt der nord und südpol entstehen ist eigentlich bei unserer spielzeugmaschine was ein permanentmagnet bei dem realen beispiel was wir gesehen haben was ebenfalls ein permanentmagnet man kann aber auch hier zum beispiel irgendwelche erreger wicklungen drauf machen und dann strom durchschicken und dann halt einen elektromagnet verwenden okay um dieses erregerfeld zu erzeugen fakt ist ich brauche da durch praktisch da rinnt durch von nord nach süd rinnt mein magnetischer fluss durch mein vieh und ja was habe ich jetzt eigentlich jetzt habe ich ein magnetfeld mit einem magnetischen fluss und ich habe da spulen die sich drinnen bewegen wir haben etwas mal gehört von der bewegungs induktion das heißt in meine spulen die jetzt so im prinzip gewunken sind also aufgespannt praktisch das ist eine rotierende spule die da drinnen rotiert in einem magnetfeld das hatten wir ja schon mal es erzeugt es wird daher eine spannung erzeugt werden hier im kommandator wird eine innere spannung erzeugt werden ja da wird es irgendwie ein ui geben eine innere spannung von was wird die innere spannung abhängen die wird natürlich abhängen von von den umschlossen von der magnetfeldänderung ja das heißt je schneller dass das rotiert desto desto mehr spannung wird wohl da innen da sein durch die induktion ok und je stärker der fluss ist wird das ebenfalls sein ja das heißt meine innere spannung die da drinnen entsteht am kommodator praktischer innen drin in der maschine in den windungen entsteht die innere spannung ui ja und des is phi der fluss ja mal omega omega m maschinen 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 drehzahl maschinen kreisfrequenz ok das omega m ist 2pi n und das n ist die drehzahl pro sekunde ja rotation pro sekunde so aber natürlich wird das jetzt nicht ist das für verschiedene maschinen unterschiedlich ja es gibt einen proportionalitätsfaktor k bock ok proportionalitätsfaktor k was kann bei den maschinen unterschiedlich sein ne die anzahl der stäbe ja also ihr habt ihr habt da az a das ist die anzahl der leiterstäbe am umfang und das zählen blbblblblblblbl anzahl der leiterstäbe wenn ich das jetzt gesagt hätte ohne dass ich das erkläre das ist ein leiterstab ich habe nur jetzt wissen wir es das sind diese die dinge heißen leiterstab das ist praktisch eine bindung kannst du sagen ja am umfang so das ist ja da dann natürlich brauche ich nicht nur zwei pole einbauen sondern ich könnte auch mehrere pole einbauen ja das ist die anzahl der regerpole p und dann gibt es nur die anzahl der parallelen ankerzweige das ist das a in unserem fall ist das da zwar ja und aus diesen größen lässt sich die sogenannte maschinenkonstante berechnen ja das ist das das ist das c ja kleines c das ist p anzahl der pole dividiert durch die anzahl der parallelen zweige mal z a ja das ist die maschinenkonstante ok c ist p dividiert durch a mal z a passt ja und jetzt wollen wir noch wissen das sind praktisch irgendwie so die wirksamen die wirksamen ankerzweige die wirksamen leiterstäbe kann man sagen ok wirksame stäbe und jetzt brauchen wir noch mal wissen wieviel wirksame stäbe sind da pro pro rad praktisch und das ist nämlich genau das k ja das k das k ist die maschinenkonstante c dividiert durch die 2pi ok dividiert durch einen vollen kreisumfang also das kommt praktisch aus der konstruktion der maschine raus das ist die sogenannte innere spannung die entsteht da drinnen durch induktion und zwar egal ob das ein motor ist die induktion weiß man nicht warum sie das dreht es weiß ok hallo es dreht sich der rotor dreht sich ich induziere ja ändern das magnetfeld ich induziere so kommt das aus natürlich wenn man sich das überlegt kann man dann auch schreiben das ist praktisch dann a c mal phi mal n wo man das zusammen tut ja k ist 2 durch 2pi 2pn baf ja kommt das raus so das ist jetzt die innere spannung so ein effekt den wir hier beobachten werden dass hier in der spule eine spannung induziert wird ein zweiter effekt den wir beobachten werden ist dass hier in der strom hier ist ein magnetfeld eine flussdichte eine gewisse ja darin der strom hallo es wirkt die Lorentzkraft ja es wirkt die Lorentzkraft erinnern wir uns die kraft f ja ist q mal v kreuz b ok b gehen in diese richtung in meinem fall das geht in diese richtung das ist ja praktisch nichts anderes das haben wir eh schon mal hergeleitet mit i mal t mal v kreuz b ja das ist ja wie viel strom eine zeiteinheit kolumn pro sekunde mal eine zeit ist ein kolon passt und t mal v ist nichts anderes also wieder zurückgelegte weg l das heißt wir langsam die stabel wirksame länge im magnetfeld so schaut das aus das heißt ihr habt da l in richtung des is ja und dann habe ich b kreuz b hineingedreht wupp in diesem fall wird hier die kraft auf kürzesten weg hineingedreht hier rüber zeigen ja da ist die kraft f da unten habe ich das gleiche da zeigt sich dann in die andere richtung weil das geht in diese richtung und auch hier wenn ich das hineindrehe praktisch zack geht es in diese richtung da unten wirkt die kraft in diese richtung ja und das wirkt jetzt da praktisch pro pro ankerzweig jetzt unter dem pol und wenn ich das überlege ja wie groß wie groß wenn ich diese ganzen kräfte zusammen multiplizieren dann entsteht ein drehmoment ok wenn kraft mal abschauen und so weiter drehmoment es ist ein drehmoment da ja und dieses drehmoment mi was hier entsteht das wenn man sich das durch überlegt kommen wir drauf das ist immer das ist diese proportionalitätskonstante die gleiche konstante k mal phi und dann dann haben wir noch den den strom der darin der ja der ankerstrom jetzt können wir sagen hey moment da ist der ja ja wieso da rindert nur der halber der ankerstrom ja aber das mit dem k deswegen haben wir da die einzelnen parallelen ankerzweige und so weiter drin das geht sich genau aus inneres moment welches entsteht innere spannung welches entsteht ok so ist es ja also es steht entsteht da drinnen eine spannung durch die induzierung und es entsteht da drinnen ein moment beides in beiden fällen ja also das moment das mechanische moment wenn es ein motorbetrieb ist dann dann treibt es irgendetwas an ja und wenn es ein generatorbetrieb ist dann muss ich dieses moment praktisch hineinstecken dass die drehzahl konstant bleibt ok moment der maschine innere spannung der maschine und wie kommt es vor sowas dann auf diese konstruktion wie das jetzt in echt ausschaut ja wie wie so ein aufbau in echt aussieht mit diesen stäben ich glaube das ist noch nicht ganz rausgekommen man weiß so den weg ungefähr aber das werden wir uns das nächste mal ansehen ok das nächste mal schauen wir uns den realen aufbau der maschine an für dieses mal sage ich herzlichen dank für die aufmerksamkeit auf wiedersehen das nächste mal das nächste mal dann das nächste mal dann das mir das das Untertitelung des ZDF, 2020